Uh, neuer Geekwurst 2, Trailer! Der pinnige Welt geht weiter! Den gucken wir uns jetzt gemeinsam, zusammen an! Ähm... Moment! Nehm ich jetzt... das? Hm... Nee. Hm? Hab ich alles? Ich hab alles. Okay. My body is ready! Ich hab's nicht mehr so gut. Zehn Sekunden bis zum Auftritt! Bitte Platz nehmen für den ersten Akt! Platz nehmen für den ersten Akt! Hoi, toi, toi! Zeit für die Vorstellung! Joko hat den Krieg erklärt. Und wir müssen ihm entgegentreten. Schätze, wir machen das also wirklich! Ich bin gleichermaßen begeistert und verängstigt. Same! Genug der Warterei! Joko langweilt sich! Legen wir einen Gang zu! Oh oh! Boah, ist das riesig! Schon noch ein neues Faktal? Ne, ist klar! Ja, klar! Auri! Ist nicht euer... Dicker was? Ein kleiner Käfer! Ein Käfermoped! Ein Käfermoped! What? Okay! Neue Story! Neue Story! Neue Karte! Neue Story! Neues Leggy! Ja, in etwa auch! Aber ein neues Mount! Neues Reitier! Are you serious? Neues! Und auf Twitter stand, dass es jetzt auch noch 50% Rabatt gibt auf Guild Wars 2 Path of Fire! Ja! Also wenn ihr da mit dem Gedanken gespielt habt, euch das zuzulegen, dann jetzt oder nie! Und wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, Guild Wars 2 mal anzufangen, dann auf! Link in der Videobeschreibung! Ist kostenlos! Also ohne die Erweiterung ist es kostenlos! Und ich habe auch gerade eine Anfängerreihe gestartet! Können wir nochmal über den Rollkäfer reden? Alter! Wie geil! Ich kann mich gerade nicht kontrollieren! Klickt hier! Hier! Auf das nächste Video! Anfänger! Free to play! Guild Wars 2 mit Honeyball! Tschüss! Cool! Quackern mag euch!